Das ist das Operationsgebiet. Der Feind steht hier, er ist zahlenmäßig überlegen, er ist wachsam und er ist gut organisiert. Also wir greifen den Feind von allen vier Seiten an. Von da, von da, von da, von da. Von unseren Ausgangspositionen werden wir ihn kraftvoll umschlingen. Herr Wittige, Schwester, kriegen Sie die Kurve! Oh! Was ist denn los? Berlo, da drüben! Ich werde Sie kriegen! Ich schwöre es, ich werde Sie kriegen! Ich brauche einen Freiwilligen, der bereit ist, sich nackt unter die Nackten zu mischen. Fertig, fertig, vorwärts! Ich hasse die Nudisten! Jawohl, Chef! Ach so, Dax! Jawohl, Chef! Blablabla, Chef! Blablabla, Chef! Blablabla, Chef! Was ist los? Das muss die Hitze sein. Ich sehe da etwas. Ich glaube, ich muss mir die Brille putzen. Ein Gendarme. Achtung, die Mauer! Achtung! Wette! Hier, da! Hier, da! Haben Sie noch nie einen Unfall gehabt? Ich war erst seit gestern. Wiedersehen, mein Sohn. Sie haben ausgespielt. Au! Und morgen fahre ich zu diesem Minister Rembrandt und bedanke mich bei ihm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017